Das ist unfair! Ich seh halt nichts durch Feuer! Das ist halt ein Bettel! Das ist trotzdem unfair! Du wolltest doch spielen! Wo ist er? Das wolltest du spielen! Hallo ihr Skates! Heute spielen wir wieder Minigames! Aber nicht Tumble! Sondern... Pädel! Ja! Heute hast du eine Battle herausgefordert! Spiele ich persönlich eigentlich nicht so gerne! Weil es eine gute PvP ist! Aber ich lasse ihn eine sehr, sehr starke Chance! Ich lasse ihm eine sehr, sehr starke Chance! Ich lasse ihm eine sehr, sehr starke Chance! Ich lasse ihm eine sehr, 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 sehr starke Chance! Oh, die Map können wir beide noch nicht! Nee! 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 Ich lasse ihm eine sehr starke Chance! Pratschi! Ey! Ich erkenne die Sachen gar nicht wieder! Ja, ey! Das liegt aber eher Tagsache! Oh! Äh! Ich hab was, was dir gefallen wird! So! Oh meins! Hast du das jetzt? Nee! Ja! Was? Haah! Zum Glück hast ich denn so eine ganz starke Chance! Wie soll ich... ich seh nicht! Warum ist das Feuer auch so stark? Du hast keine Feuerresistenz. Ich hab nichts. Das ist unfair. Ich seh halt nichts durch Feuer. Das ist halt ein Becken. Das ist trotzdem unfair. Du wolltest doch spielen. Wo ist er? Das wolltest du spielen. Du hast oft genug gefragt. Showdown. Wo ist er? Die Ratte. Okay, ich derbe. Warte. Du warte. Du willst doch nicht auf dich warten, oder? Dann spring ich halt runter in den Tod. Ja, oh quack. Mir scheiße. Bitte. Und nochmal, Lina, bitte. Nochmal. Tag. Bin bereit. So? Ich will woanders. So. Natürlich. Ich will das schlechte Zeug. Was ist das? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was dir gefallen wird. Na, eine Angel. Scheiße! Nein, kein Angel. Ich hab zwei Wagen auf dich mit dem Diaschwert geschlagen. Dann hätt ich eigentlich nur noch einen Hansklick machen müssen und du wärst tot. Okay, tschüss. Warum? Nächst mal? Nächstes passiert toll. Mann! Ich hab zwischendurch die Sicht verstellt. Das ist ein Problem. Ah. Ich krieg natürlich die Schlechten, natürlich, ne? Fuck, ich hab bald immer das Essen mitzunehmen. Was hast du das Essen mitnehmen? Ich hab kein Bock zu verhungern. Ich hab auch nichts groß gemacht. Ich schieß einfach. Das musst du so sehen. Ich hab alles mit einem ganzen Pfeil. Scheiße. Das Abschluss verdammt worden. Ich sch.? Ich hab zwei Mal Diaschwertung. Das ist... Nun hab ich Sie auch lange geschlagen. Das ist auch nicht so lange. Nein, 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 ich lege da mit Ruhm an. Scheiße, ein Trapp der Unterkett wird nicht sehr lange. Schwäche. Ich möchte die geben. Ach, hast du? Mhm. Hm, ich habe die Schwäche geblieben. Deswegen, ne? Zu lange dauert. Hm. So. Ach, ja. Wieder die selbe mit? Nee, lass mal. Geh mal runter. Noch einmal runter. Die. Die. Fertig. Das ist die nicht ausgebildet. Doch. Das ist B gedrückt. Einfach drücken. Fertig. Was denkst du denn? Ich mach den den ganzen Tag. Das stimmt bei mir keinen Grund hier. Das ist alles wieder. Hm. 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 Na? Wie bist du so als Verlierer? Hm. 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 Noch weit. Ich will nicht noch eine Runde. Ne? Letzte Runde. Okay. Och. Du wärst super gemacht jetzt. Scheiße. Ich muss auch mal spielen. Mit der wärs gutes Gericht. Nein, nein, nein. Das ist eine Ange. Wie hat es? Das ist eine Ange. Es explodiert das jetzt nicht? Ja, es explodiert. Oh nein. Oh, verangst. Scheiße. Fuck. Okay, das war's für heute, Leute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, ihr wisst ihr was zu tun ist. Ciao, ciao. Musik 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 Musik